In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hat der deutsche Kaiser die deutsche Hochseeflotte massiv ausgerüstet und aufgebaut. Mit neun Schlachtschiffen und neun U-Booten wurde sie zur wohl zweitstärksten Flotte der Welt. Mit ihr sollte Deutschland seinen, Zitat, Platz an der Sonne erhalten. Das bedeutete nichts anderes als Gebiete vor allem in Afrika und Asien zu besetzen und die Ressourcen des Landes zu plündern. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte die deutsche Flotte ihre Bewährungsprobe und musste prompt eine herbe Niederlage einstecken. In der Schlacht vor den Falklandinseln wurde beinahe das gesamte Ostasiengeschwader vernichtet. Über 2000 Matrosen starben. Währenddessen waren die Schiffe in den deutschen Häfen aufgrund der britischen Seeblockade zum Nichtstun verdammt. Einzig in der Schlacht von Skargara kam es zu einem wirklich großen Gefecht. Die Deutschen mussten also andere Wege finden, feindliche Handelsschiffe zu bekämpfen. Und so erdachte sich die Admiralität folgende Idee. Normale Frachter sollten umgebaut und stark bewaffnet werden, um die Handelsschiffe der Entente-Mächte zu attackieren. Eines dieser etwa zwölf neuen Schiffe war die SMS Wolf. Sie wurde zum Hilfskreuzer und Minenleger umgebaut. Die Schiffe sollten allerdings nicht nur feindliche Handelsschiffe versenken, sondern wenn möglich auch unter ihre Kontrolle bringen. Aufgrund dieser Taktik wurden die Besatzungen auch des Kaisers Piraten genannt. Die Fahrt der Wolf begann am 30. November 1916. Etwa 350 Mann standen unter dem Kommando des Kapitäns Karl August Nerger. Sie sollten erst 451 Tage später heimkehren. Feindliche Schiffe entdeckten sie mit einem eigens mitgeführten Wasserflugzeug, das sie Wölfchen nannten. Insgesamt 35 Schiffe konnte die Wolf versenken oder aufbringen. Die meisten Versenkungen gelangen mit den mitgeführten Seeminen, die sie vorwiegend am Kap der Guten Hoffnung und an den Küsten von Indien und Australien platzierten. Für seinen Dienst erhielt der Kapitän die höchste preußische Auszeichnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017